O mein Heiliger Geist, heute, heute brichst du Erbflüche, den Erbfluch der Lust. Heute brichst du du zerstörst die vererbten Dämonen im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Во Imme Jesu. Сегодня, там, wo die Finsternis heute war, dort, wo die Dämonische Kontrolle war, im Verstand, genau jetzt, in diesem Moment, ich zerstöre ich diese Kontrolle. Im Namen Jesu. Ich sage dir, der Teufel, verschwinde. Verschwinde. Du hast keinen Platz mehr. Jetzt wird die Dämonische Kontrolle zerstört. Dort, wo Dämonische Gedanken festhalten waren. Dort, wo der Teufel kontrolliert hat. Ich sehe konkret diesen Geist der Verblendung. Er hat dich erniedert. Er hat ein ganzes Leben zerstört. Er hat ein ganzes Leben zerstört. Genau jetzt, hat dieser Dämon nicht verlassen. Diese Gedankenfestung wurde zerstört im Namen Jesu. Das Reden des Heiligen Geistes. Genau jetzt. Genau jetzt. Genau jetzt. Die Salbung Gottes wird jetzt in diesem Moment. Alleluia, alleluia, alleluia. Silla des Heiligen Geistes. Silla des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes. Prokletia dämonische Flüche werden jetzt gebrochen. Dämonische Flüche werden jetzt gebrochen. Prokletia падают сейчас. Flüche werden jetzt gebrochen. Flüche werden jetzt gebrochen. Dрузья, сейчас Святой Дuch. Freunde. Именно Он. Der Heilige Geist. По благодати Иисуса Христа. Durch die Gnade Jesu Christi. Разрушает. Zerstört er jetzt. Эти мысли. Diese Gedanken. Которые контролировали вас. Die dich kontrolliert haben. Долгие, долгие годы. Viele, viele Jahre lang. Я вижу людей, которых контролировали дämonen с самого детства. Von Kindheit an kontrolliert wurden. Прямо сейчас этот Kontroll разрушен во имя Иисуса. Разрушен во имя Иисуса. Разрушен во имя Иисуса. Sie wird zerstört во имя Иисус. oh, мой драгоценный Святой Дух. Alleluja, 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 Gott, heute, wertvoller Heiliger Geist, heute legst Du Dein Wort, Deinen Samen in den Kopf, in den Verstand, Du gibst dort die Erleuchtung, wo die Finsternis war, Du gibst das Verständnis, dort, wo die absolute Finsternis herrschte, im Namen Jesu, Alleluja, 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 Die Dämonen fallen jetzt. Genau jetzt, das ist dein Ende. Verschwinde, verschwinde aus jedem Lebensbereich. Im Namen Jesu. Verlass dich. Erfülle sie mit deiner Kraft, wertvoller Heiliger Geist. Erfülle sie mit deiner Kraft. Erfülle sie mit deiner Kraft. Berühre, Heiliger Geist. Berühre. Halleluja. Die Salbung, durch die Salbung, mögliche jägliches Jörg gebrochen werden. In diesem Moment, bitte ich euch alle, alle, die gerade zuschauen. Послушайте, der Heilige Geist. Er hat mich vorbereitet auf diesen Moment. Именно сейчас. Genau jetzt. Посмотрите на Иисуса и на Его благодать. Schaut auf Jesus und seine Gnade. Sein unverdientes Geschenk. Sein unverdientes Geschenk. Im Namen Jesu. 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 Ich spüre, dass ich für dich reden soll. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Deine Salbung, die Gnade Jesu. Möge sie vollkommen befreit werden. Die Gnade Jesu Christi Möge sie heute befreien. Durch die Annahme der Unterweisung im Glauben. Eine neue Denkweise. Halleluja. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist Gottes legt seine Samen, den Samen des Wachstum. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Там, где было проклятие. Прямо сейчас приходит благословение. Halleluja. Oh, mein Gott. Mein Gott. Kostniss sie. Kostniss sie. Kostniss sie. Kostniss sie. Kostniss, mein Gott. Kostniss sie. 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 Erneuerung, eine Erneuerung, das war diese Erde, jetzt werden sie vollkommen geheilt. Die Geist der Weisheit. Deine Seilung, Gott, ich bitte dich, Heiliger Geist, du wirst das Seam in den Verstand, du wirst das in den Verstand. Erfülle sie, Herr. Durch die Seilung, wie jegliches Joch gebrochen werden. Schuss, kosнись, kosнись, kosнись. Schwabon, deine Befreiung, всякая боль, всякая внутренняя, внутренняя, как будто какая-то конфронтация внутри тебя. Und прямо сейчас это все исчезает. Reходит гармония во имя Иисуса. Garmonia во имя Иисуса. Mir, гармония. Эти демоны, они оставляют тебя. Я увидел, как будто что-то как сплетенное, как проволока. Прямо сейчас. Господь убирает это. Он убирает это из твоего разума. Он убирает прямо сейчас во имя Иисуса. О, мой Бог. Боже мой, я молю тебя за каждого, кто сейчас в эфире. Я прошу тебя, Господь, kosнись. Коснись. Берюре си. Берюре си. Коснись. Берюре си. Коснись. Берюре си. Берюре си. Есть женщина, у которой страх. Es gibt eine Frau, die Angst hat. Этот страх одолевает вас. Und diese Angst überwältigt sie. Панический страх. Das ist eine chronische Angst. Прямо сейчас это проклятие страха разбита. Genau jetzt wurde der Fluch der Angst gebrochen. Сейчас я вижу, как Дух Святой наполняет ваш Расум. Сею я, как Дух Святой наполняет ваш Расум. Наполняет смелостью и дерзновением. Он erfüllt sie mit Mut и Selbstbewusstsein. Сегодня же вы увидите, что то, чего вы боялись, вы на это будете наступать. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. 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 Дух Святой драгоценный. Аллилуйя. Аллилуйя. Я разрушаю, еще вижу, проклятие страха. Я вижу еще еще. Проклятие страха. Разбита прямо сейчас. И также исцеление у женщины. und auch eine Heilung wurde gefraut. Eine Frau wurde geheilt im Bauchbereich. Sie hatten einen aufgeblähten Bauch. Sie wurden jetzt vollkommen geheilt. Im Namen Jesu Christi. Eine weitere Frau wurde geheilt. Und прямо сейчас, in diesem Moment, auf der linken Seite wurden sie vollkommen geheilt. Im Namen Jesu Christi. Du bist wertvoller Heiliger Geist. Wertvoller Heiliger Geist. Heute schenkst du neue Organe. Heute schenkst du eine neue Zeit. Heute verlebt der Teufel jegliche Macht. Heute erfüllt der Heilige Geist deinen Verstand. Sag, der Heilige Geist erfüllt meinen Verstand. Der Heilige Geist erfüllt meinen Verstand. Der Heilige Geist erfüllt meinen Verstand. Ich schaue auf Jesus. Ich schaue auf die Gnade Jesu Christi. Genau jetzt, Heiliger Geist. Ich schaue auf die Gnade Jesu Christi. Dir sei die Ehre. Hebt jetzt alle eure Hände. Auch in der Leibvertrag. Ich schaue auf die Gnade Jesu Christi. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Ich nehme Jesus an. Als meinen Herrn und Rettung. Ich schaue auf die Gnade Jesu Christi. Mögen heute die Verstände geöffnet werden. Für die geistliche Erscheinung von dir. Das, was in der Finsternis verborgen war. Was versteckt war. Diese Schätze mögen ihnen heute anvertraut werden. Möge jeder unterwiesen werden. Möge er dir treu sein. Möge er dir hingegeben sein. Möge er ihr Menschen sein. Möge er ein Mensch sein. Trotzdeml ein Ges fundamentals. Sägne jeden im Namen Jesu. Amän. Amän. Halleluja! Oh mein Gott, lass uns Gott einen guten Applaus schenken. Mein Gott. Wisst ihr, heute hat Gott etwas gemacht, was jemand von euch nicht erwartet hat. Heute wurde dein Verstand geöffnet. Und er hat etwas verändert. Er hat etwas vollbracht. Er verändert dich heute. Halleluja. Ich segne euch alle.